Es ist frühmorgens, bitter kalt, minus 8 Grad. Pünktlich zum Berufsverkehr stellen sich die Benzinverkäufer an Moskausstraßen. Hier gibt es den Spritkanisterweißen, weil die Jugendlichen verdienen sich so. Geht's bitte heim. Es ist doch zurzeit unmöglich, einen anderen Job zu finden, sagt der 17-jährige Pavel. Nein, fügt sein Partner hinzu. Spaß macht das hier nicht. Aber es bringt was ein. Bis zu 10 Kanister verkaufen sie jeden Tag. Und damit verdienen sie jeden Tag so viel wie ein Industriearbeiter in 2 bis 4 Wochen. Pavel und seine Kumpane sind bei weitem nicht alleine. Die Benzinverkäufer sind zahlreiche. Mit großen Ausfallstraßen stehen sie alle paar Kilometer mit den Kanistern. Bei den Kumpanen muss immer wenn es geht, man muss nicht in der Schlange stehen, nur im Bereich von den Preis für eine Tankstelle zahlen. Die Straßenhändler kennen alle einen Tankwart, den sie am Geschäft beteiligen. Ihr Geschäft floriert deshalb, weil der Benzinpreis in Russland vom Staat immer noch künstlich niedrig gehalten wird. Umgerechnet 10 Pfennig kostet der Liter. Für Russen ist das teuer, aber immer noch so billig, dass kaum einer wirklich mit Benzin spart. Deshalb kommt es zu Engpässen, obwohl in Sibirien so viel Erdöl sprudelt. Häufig geht an den Zappsäulen das Benzin ganz aus. Deshalb machen die Jungs an der Straße ein so gutes Geschäft. Und auf den Erdölfeldern versickert die Hälfte des geförderten Öls gleich wieder im Boden, aus undichten Pipelines und veralteten Förderanlagen. Deshalb ist im Ölstaat Russland das Benzin so knapp. Darüber freuen sich nicht nur die arbeitslosen Jugendlichen, sondern, wie so oft in Moskau, auch die Mafia. Ohne Schutzgebühr geht nichts. Ravon schreibt das Diplomaten. Wir zahlen jedem Tag 4.000 Rubel, sagt er uns. An wen wollen wir wissen? Na, an die Jungs aus der Gegend, so nennt er sie. So schafft auch das Wirtschaftschaos noch Arbeitsplätze. So schckets. So sch leavend sich das mit einem Schuss snapshot citizens in Rom,